Kommen wir zu meinem Fitness. Sky Crusher oder French Press genannt. Und zwar, die Übung geht so. Wir nehmen uns die Verkult-Taten. Gehen dann nach hinten. Die Arme sind geschränkt. Gerade. Und dann gehen wir die Spur nach hinten. Mit den Armen. In der Rückwärtsbewegung gehen wir hinter unserem Kopf. Viel Spass beim Trainieren.